Heute ist El nicht da, deshalb kommt heute ein anderer YouTuber. Ich sag diesen Satz und zum siebentausendsten Mal, weil ich bei dem Dings immer etwas falsch habe. Ich sag LAL-TV, El. Ah, jetzt hab ich gesagt. Ja, es ist LAL-TV. Viel Spaß mit der Folge. Hallo, ich bin Mikey und das ist El. Mein LAL-TV, der ist ein Kumpel, aber nicht so toll. Könntet ihr melden, als ich den Google klicke? So können wir nicht zu Warner Bros. Live. Mein Alligator, mein LAL-TV. Wie erziehe ich mein LAL-TV? Oh yeah. Yay, cool, ich hab es. Ja, jahoo, yay. Hallo Leute, heute bin ich mit LAL-TV auf einer Bustartsparty. Es ist Kuchenzeit. Geil, Kuchen. Kuchen ist geil. Komm mit LAL-TV. Herzlichen Glückwunsch. Wünsch dir etwas, Connor. Oh, okay. Ich weiß, was ich mir wünsche. Ey, ey, was soll die Scheiße, Mann. Ich mein LAL-TV. Mann, ich sag immer LAL-TV. Äh, Leute, könnt ihr im Elflub zweimal L sein, aber sorry. Im Weltraum findet sich LAL-TV richtig. In dem hier? Oder findet sich LAL-TV in diesem hier richtig? Korrekt. Natürlich ist der linke richtig. Nur, dass du wusstest, dann darfst du dir etwas wünschen. Heute ist LAL-TVs Glückstag. Dann kommt das erste Stück. Hier, dein Stück, LAL-TV. Oh, danke. Jum, 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 jum. Hier ist mein Geschenk. Oh, cool. LAL-TV, lass das. Ach, meine Amiibo-Figur. Leute, könnt ihr mir helfen? Im Weltraum findet sich LAL-TV richtig. In dem hier? Oh, eine Amiibo-Figur. Cool. Oder im Game hier? Korrekt. Natürlich ist der andere richtig. Nur, dass du eine Brustartschirm darfst du Schenke auspacken. Danke für eure Hilfe. Jetzt weiß LAL-TV, wie man sich auf eine Brustartschirm benehmen kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017